... Sehe du scheiß Weihnachtsmann! Biss ich legendär! In so kalt der Winter Versuhl dir gleich den Hintern und auch noch die Eier und ich schrei, oh weia Klingelöckchen, Klingelingeling Komm her Es ist zu viel für zwei Leute hier im Raum Ich will deine Geschenke haben, um die zu verteilen Alter Ferkel werden sollen So, und jetzt machen wir die harten Schläge Das war's Hier sind wieder zwei zu viel Was hast du für mich? Geschenk Nein, kleines Geschenk Kleines Geschenk Schade, kein Plan Mist Alle Einigen Ja Jetzt seht ihr mich Jetzt seht ihr mich als richtiger Weihnachtsverbranter Ja Mein Gott, schon wieder ein Nicht zu killenden Gegner Der Ja Ja Kopflos ist Aber Fallout hat keinen Wachs Aber diesmal, wie gesagt Ist doch ein Weihnachts Verbranter Der keine Geschenke bringt Und wie ihr seht Hab ich extra für euch Den Bademantel wieder angezogen Damit ihr mich Erkennt Und wisst wer ich eigentlich bin Und wisst wer ich eigentlich bin Weg raus Armer junger Mann da Dann wollen wir jetzt mal gucken, was du uns gebracht hast Mit deiner Hand, da will ich hoffen, dass es dein Dixums ist, dieser Scherenarm. Kleines Geschenk. Gut, Käfer haben wir doch schon. Dein Geschenk war ein Baseball. Bestellten haben wir doch auch schon. Ja. Umsonst. Nein, mein Kumpel. Tut mir leid. Jetzt möchte ich euch auch noch was zeigen, was ich jedes Mal sowas von ätzend finde. Eine kaputte Kühlschranktür, die ich öffnen kann. Was soll der Mist? Klappe zu, Affeltot. Ja, hier ist gleich viel los. So, Nummer 1. Tschüss. Jetzt geht's den Dach. Nicht mehr. Nicht mehr. Man muss reinigen. Okay, dann machen wir's so. Nein, nicht mit der Axt. Ich wollte dich jetzt mal so. Wo bist du? Drei Rohrgut. Oh, da muss ich mich nicht holen. Das, du, das. Ah, meine Hübschansicht. Stimpack machen wir nicht. Wir haben ja genug von dem aufgebreiteten Wasser. Und damit wir was tragen können. Wo sind die gegrillten Rad hier? Schon da. Ein großes Geschenk. Je, wie groß. Menschlin, schon wieder. Aber immer noch. Das heißt, zu viel Gewicht. Aber, wir können's ja gleich wieder alles schreddern. Auch wieder eine ohne Kopf. Heißt also, nicht besiegbar. Hier gibt's jetzt noch einer. So viel ohne Köpfe. So viel ohne... Äh, Schwerbliche hab ich hier seit langer Zeit noch nicht mehr im Spiel gesehen. Wieso hab ich jetzt die Bierflasche genommen. Zurückskillen. So, und jetzt geht's zurück nach Appalachia. Yeah, Elvis lebt. So, und jetzt sind wir zuhause. Da wollen wir gleich mal sehen, was Sandratron. Wo wir wieder heiß gemacht haben. Schally. Aua, danke. Ebelgeschenke hast du mir gesammelt. Ebelgeschenke. Dann wollen wir mal sehen, was es das gegeben hat. Na, keine Ahnung. Hab ich das noch. Uuuuuh. Ossum. Haben wir auch schon so oft. Große Geschenke. Zahlt, dass man Jungles nicht, äh, zum Schaugasten stellen kann. Diese Einheit ist nicht zum Funk. Wer hätte ich bitte müde. Kleine Geschenke. Drei Stück. Warte an die nächste Bronco. Und die Helm. Na, na. Raider, was ist denn? Zieh ich doch nicht an. Es war ein kleines Geschenk mit Bauplan, ein Geschenk ohne Bauplan. Jetzt dürfte dieses wieder mit Bauplan sein. Ja, sehen Sie. Normalerweise ist jedes zweite kleine Geschenk auch mit Bauplan. Das lassen wir jetzt erstmal online, äh, nicht online, sondern da drin. Und jetzt sagt sie mir ein großes Geschenk. Schon alles vorbei. Junger Mann. Wo sind wir jetzt mal, das ist, wo ist Burgerwert heißt. Ja. Oh, da sehe ich schon zwei Stück sogar. Eins. Oh, das war ein Schuss. Der war nicht, der weiß ich mal. Entschuldigung. 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 Ist ein Schuss noch? Na gut. Was hast du für mich? Ein Geschenk. Ein Western Revolver. Knochenhammer, der wird verwurstet. Und du. Ein Geschenk. Ein Dönermesser. Ein Metallarm. Dönermesser. Verwursten. So. Und was? Einmal runter. Und was habe ich jetzt bekommen? Hump-Aktisch-Rotflinte. Maurus-Randkopf. Haben wir doch. Okay. Arm runter. Und das soll's gewesen sein fürs Erste. Frohe Weihnachten. Und ihr mich auch. Ach ja. Soll ich nochmal für euch singen? Lieber nicht, oder? Letzte Weihnacht ist ein Jahr her. Da gab's noch viel mehr Bugs. Das ist schon lange her. Besser als diese PC-Hugs. Das ist wirklich das allerletzte, was da jetzt zur Zeit im Umlauf ist. Trotzdem, ich wünsche euch alle frohe Weihnachten. Viele Geschenke. Auch im Real Life.